Hallo und herzlich Willkommen zu Mars Effect, der Legendary Edition. Wir starten ein neues Let's Play hier im Nerd-Zeitalter mit einem herzlichen Dank an die Person, die mir dieses Spiel hat zukommen lassen auf Steam. Und natürlich verbunden damit der Wunsch, dass ich dafür ein Let's Play mache. Dieses Let's Play entsteht im Twitch-Stream. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, bei sowas oder anderen Spielen zuzuschauen, schaut doch auch mal bei uns bei Twitch vorbei. Ansonsten freue ich mich wie gewöhnlich über ein Däubchen hoch oder auch ein kleines Abo. Und ohne lange Schnacken gehen wir jetzt direkt in Mars Effect 1. Und da sind wir im Menü und wir werden natürlich einen neuen Kolonisten bauen. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Und wir wollen einen eigenen John Shepard erstellen. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Achtung! Fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Ich glaube, es wird der Kolonist. Sie sind auf Mindu-Ir geboren und aufgewachsen. In der kleinen Kolonie am Rand der Attica Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindu-Ir und töteten ihre Familie. Und Freunde. Sie wurden von einer Allianz-Patrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianz-Militär. Psychologisches Profil bestätigen. Zu Beginn Ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden... Einer überwältigenden, feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennungen seitens der Allianz-Flotte ein. Militärische Spezialisierung bestätigen. So Leute, und hier gehe ich mal ganz kurz in die Pause, denn ich lasse den Chat entscheiden, was für eine Militär-Spezialisierung wir spielen. Der Chat hat abgestimmt. Wir spielen einen Experten. Sie sind Biotik-Spezialisten mithilfe auf wertbare Implantate, können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, den Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen spezialisiert. Gesichtsidentifikation bestätigen. Profilwiederherstellung beendet. Und das war die Erstellung von unserem John Shepard. Wir sehen uns dann wahrscheinlich so in 10-15 Minütchen wieder, wenn ich auf Annehmen klicke und das Spiel direkt beginnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017